hallo zusammen und willkommen zum zunächst einmal denke ich letzten video zu dem projekt dunkelmage und zwar hatte ich jetzt noch wie auch vorher angekündigt die tier 3 karten mal noch so ein bisschen designt und entworfen und mal ins spiel auch soweit eingebaut und wie jetzt auch bei den letzten mal wie ich das jetzt erst mal vorab so ein bisschen hier vorstellen was ich da jetzt so sozusagen mir ausgedacht hatte und fangen wir erstmal mit der ersten gruppe hier an diesen steinkarten die wir dort haben da haben wir zuerst mal so einen ich sag jetzt mal kombinierten angriff das habe ich jetzt erdbeben genannt das explizit fünf schaden und normal auf die barriere macht und dann aber noch mal fünf normalen schaden dann zusätzlich auch in der reihenfolge ja immer mal so einen gemischten schadenstyp um das mal so mit einzubauen und ansonsten noch zwei verbesserte aus baustufen hier des torms weil es dann doch noch mal ein bisschen mehr als bei den bisherigen dazu bekommt weil es ist noch ein bisschen hin und her probiert hat ist mir aufgefallen dass vor allen dingen in tier 2 die angriffe sehr stark sind gegen jetzt so dem wie man den turm aufbauen kann also da kann man schon mal schnell mit runtergeschlagen werden von daher dachte ich müssen auch ein bisschen nicht dagegen wirken und ja und daher gibt es dann hier wie schon gesagt werden dementsprechend so ein bisschen was zum aufbauen hier dann kommen wir zur zweiten gruppe den waffen und genauer sind erst mal nur zwei kommt noch ja zum einen habe ich mir hier mal eine weitere kombinationsgeschichte so ein bisschen ausgedacht habe ich jetzt hier der wächter genannt der hier sowohl den turm erhöht als auch die barriere erhöht also sozusagen noch mal eine weitere defensive geschichte und kostet halt ein bisschen mehr waffen als wenn man jetzt das rein mit steinen bauen würde rein mit mana aber gut so ist es halt und dann aber natürlich noch einen richtig starken angriff 16 schaden macht dementsprechend auch relativ viel waffen dann dort kostet und ja das haut natürlich dann da schon rein dann noch mal für die magie gruppe da gibt es dann auch folgendes hier natürlich klar noch ein stärkeres schild hier date auch nicht so extrem teuer ist aber er kann einen halt nicht hundertprozentig davor schützen dass der turm runter geht bei meiner version hier und ja hier noch mal ein bisschen schaden reinen schadens normalen zauber hier so ein blitzschlag und das kann man auf jeden fall auch noch mal ein bisschen mit rein gekriegt wollen sie ja nicht zu defensiv hier machen und ja jetzt sieht man natürlich schon so ein bisschen was habe ich denn hier sind jetzt jeweils nur zwei davon da das kommt damit noch die letzten zwei karten will ich noch zeigen und zwar habe ich jetzt hier noch mal so einen kombinierten typ ja wo man sozusagen sowohl waffen als auch mana jeweils zwölf erst mal unterschiedlich weil ich habe gedacht machen beides zusammen und das gibt dann noch mal extra schaden an der barriere das wollte ich einfach noch ein zweites mal mit reinnehmen und dann als letztes noch sozusagen eine kostenlose karte hier das letzte gebet so ungefähr gibt es plus eins auf alle ressourcen nicht so besonders viel aber auch noch ein turm und ein barriere dazu also sozusagen einfach eins von allem so wenn man wirklich nichts machen kann weil das ist der einzige andere die karten sind natürlich dann auch relativ teuer hier im tier 3 und ja da musst du halt so ein bisschen schauen vielleicht dass man auch dieses start ressourcen oder so da dementsprechend ein bisschen anpasst das muss man noch mal sehen aber grundlegend das ist ja erstmal so von der idee her was ich dazu gehabt hatte und ja nun gut dann würde ich mal sagen gehen wir vielleicht noch mal her und spielen einfach mal noch eine kleine runde hier ich habe jetzt hier mal diese siegesbedingungen ein bisschen weiter nach oben geschraubt dass wir bis 50 turm oder so weiter kommen müssen wir fangen auch gleich mal mit 20 in anstatt mit 10 erstmal hier die schmiede ausbauen noch eine mine das ist gut dabei schon mal den turm weiter aber bis 50 da kommt man nicht so schnell hin ebenso vier und material und 60 runden noch mehr genau noch mal hier leicht drauf und schon ein bisschen hier wollen auch mal ausbauen so ein bisschen schild noch eine mine sehr gut aufbauen weiter aufbauen brauchen wir auch noch eine mine jetzt haben wir schon auch schon relativ gut aufgebaut das sind wir ein bisschen voran hier ansonsten habe ich denke ich bis jetzt ein bisschen mehr ressourcen teilweise ausgegeben auch nicht wirklich ist auch nicht so wichtig umwandeln müssen wir jetzt nicht das ist eine relativ schwache angewandeln oh ja das ist immer gut hier an die magie und das hier mal wegzukriegen über stunden lohnt sich für uns okay brauchen wir da ein bisschen barriere hier sein golem kommt von der gegenseite natürlich auch rein schild zwei 554 ist uns jetzt sogar überlegen was die ressourcen angeht also kleinen angriffen auf die ressourcen machen waren aber jetzt eigentlich eher am wenigsten wir können wir angreifen wir könnten theoretisch auf jeden fall stark auf seinen turm gehen wenn wir da mal was bekommen würden die wächter ja wir bauen uns mal auf turm und barriere hat uns ja gleich weg gehauen aber gut seine barriere auch wieder weg bekommt jetzt ja die starke geschichte kommt jetzt schon das heißt jetzt immer in dem bereich wo es tier 2 und tier 3 karten gibt auch mal aufbau 5 das ist natürlich gut aber natürlich starke gegenangriffe kommen ja dann gibt uns noch mehr ressourcen ja noch mal an die magie hier carsten ein bisschen mehr turm noch mehr turm jetzt kommt der ganz starker angriff hier muss man auch mal draufhauen noch einer 10 schild da habe ich gleich ein bisschen was verloren ja aber gut das macht nichts ein bisschen schaden wo plus 10 okay wir haben wir sie ja nimmt das hier mal mit das gemacht jetzt würde seit nur fünf schaden rein dort dran machen ich denke das lohnt sich nicht unbedingt jetzt im moment ohne barriere jetzt wird es natürlich langsam knapp für uns fünf ton und fünf schild okay aber gerade so glück gehabt dass er hier nur unsere barriere weghaut okay und jetzt gibt es wieder alle karten wir sehen jetzt ja auch hier tier 1 mit der mit dabei okay dann hat er uns weg gehauen ja nur gut aber ja wie nun gesagt so kommen dann eben diese sachen auch noch mit rein und ja auf jeden fall denke ich mal ja kann man das das eben wie schon gesagt eben in diesen optionen und so halt auch noch weiter ausbauen und sich halt dort verschiedenste varianten mal einstellen was man da mal probieren will und ja von daher würde ich sagen das soll mir jetzt erstmal so als reines proof of concept sozusagen für dieses projekt reichen und das heißt dass ich mich selbst dann auch ich sag mal mit dem nächsten projekt dann eigentlich auch beschäftigen will da kann ich natürlich noch nicht so ganz genau sagen wann da das erste video da irgendwie dazu kommen wird ja das wird dann natürlich schon ein bisschen etwas sag ich mal größere komplexere sache ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich dachte ich habe das ganze anfang schon mal so ein bisschen in der ersten folge oder so erwähnt was mir da so ein paar sachen soll also vor schwirren wie auch immer ich werde mal schauen was es da dann dazu gibt und ja dann werden wir auch mal was machen wo ich denke ich mal dann auch ich sag mal das ganze vielleicht ein bisschen hübscher mache als hier wie schon gesagt hier geht es halt mir wirklich hauptsächlich um diese logiken das mal so ein bisschen zu probieren balancing hin und her solche geschichten und natürlich erstmal ganz grundlegend ein paar dinge hier sozusagen einzubauen und das zu verstehen wie man das hier sinnvoll einbaut und ja von daher wie schon gesagt sollen wir das erstmal an der stelle hier reichen und ja wie schon gesagt ich denke ich werde jetzt dieses projekt ja auch erstmal soweit belassen und beim nächsten mal gibt es dann eben halt ein neues projekt und von daher erstmal soweit bis dahin dann sind wir dann noch ein neues Projekt und dann auch ein neues projekt und dann schauen wir dann noch mal